So, dann bauen wir mal eine Goldmine. Könnt ihr mich überhaupt noch hören? Ja, ich höre dich. Ich kann nur nix dazu zufügen. Ist doch schön, wenn du was da baust. Ja, ne? Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Oh ja. Und sonst so macht euch das Wetter auch zu schaffen. Ja, ich sitze hier und es ist einfach nur ätzend. Das ist so zu warm. Gestern war furchtbar, fand ich. Samstag und Freitag war furchtbar. Gestern auch, fand ich. Wie, dir fehlt der Glauben, du wohnst neben der Kirche, Mann. Hä? Ah, jetzt hat das gecheckt. Schön. Nö, ich möchte glauben. Ich weiß nicht, ich habe 500 Einwohner. Trotzdem minus 210. Es wurde hier so ein Transportschiff von mir schon wieder angegriffen. Oben kurvt der auch noch rum. Hm. Hm. Ihre Lagerhäuser werden von Ratten heimgesucht. Ih, warum habe ich denn jetzt Ratten auf einmal? Warum nicht? Rattenplage, äh, die verzerren Nahrung, ne? Ja. Oder was macht die? Scheiße. Ich glaube ja. Ich glaube auch alles, auch Wolle und so'n Kack. So, ich hoffe, ich habe jetzt auf die richtige Insel geklickt. Sovater. Nein, natürlich nicht. Ah. Ich muss das in Soling einladen. Und da ausladen. So, Handelsroute wieder fortfahren. Ja. Und es bewegt sich. Alles klar. Also die fahren ja schön ihre Handelsrouten bei mir, die laden auch ein, aber ausladen tun sie nicht. Das musst du an einem extra sagen. Ja, dann habe ich den dann hier so hingestellt, dann sollen sie auch wieder, aber machen sie nicht. Hm. Die fahren dann zu dem Hafen hin, gucken sich aber um, finden es schön, steigen ein, fahren weiter. Und zwar wieder zurück, dann laden sie noch ein bisschen mehr ein. Aber sie laden es nicht aus. Ah, jetzt gehen die Tiegel auf einmal wieder. Wie sieht's so unter dem Bergzeug aus? 162. Es läuft. Ich habe im Moment plus 112. Plus 232. Aha. So, jetzt benutze ich mal die eiserne Ration, dann kann ich so lange meine ganzen Nahrungsbetriebe mal ein bisschen weg. Jäger lass ich. Was kann ich denn? Ermöglicht Bau großer Schiffe, repariert beschädigte Schiffe, Einflussradio. Ach so. Passt sie denn dahin anstatt der Kleinen wirft? Wenn ich die Kleine jetzt einfach abbreche? Komm, setz dich doch dahin. Warum nicht? Muss ich den Weg hier abbauen? Ja. Ein Betrieb findet keine Rohstoffe mehr. Was? Dieses gewöhnliche Schöpf-Lehmgrube? Schon wieder? Uff, ich habe doch da gerade erst eine neue Ziegelei hingestellt. Jetzt muss ich langsam auf eine andere Insel Lehm suchen. Hier oben habe ich noch eine. Was ist denn das für eine? Hallo? Kann man das nicht anklicken? Ach, Menuhl. Jetzt soll das Lampenöl bei mir mal wieder besser laufen. Ich habe gesehen, dass ich da mit dem einen Ding viel mehr Lampenöl produzieren kann als ich dachte. Ah. Mittlerweile habe ich auch stabil 52 Tonnen Alkohol auf Lager. Aber Tabak nur 13, dann sollte ich vielleicht noch mal was nachlegen. Ach, diese Agatha von Thielen geht mir so auf die Nerven. Die hat mir zum dritten Mal einen Handelsvertrag angeboten, will aber Geld dafür haben. Aha. Ich glaube hier in dem Spiel bin ich Agatha. Ja, willst du auch immer Geld dafür haben? Ja, willst du auch immer Geld dafür haben? Puh. Wo ist mein komisches Entdeckerschiff, wenn ich es brauche? Steht das noch hier unten in Solingen rum? Ahoi. Ja. Hat sich Haribo gekauft. Was? Ich muss meine Stadt, glaube ich, erweitern, aber ich darf nicht zu weit erweitern. Weil ich ja auch irgendwann noch ein Schloss bauen möchte. Ich weiß nur noch nicht wohin. Da oben ist der Marmor. Brauche ich Marmorherz schon? Für die Uni. Was er dringend benötigt? Ach, wo bastle ich denn mal mein Schloss hin? So am Strand oder an den Bergen? Nee, du kannst dein Schloss schon setzen? Nee, aber demnächst und ich sollte dafür ein bisschen Platz lassen. Da oben? Oder dahin? Ich bin jetzt bei minus 56. Ja. Ich glaube, das ist gut. Wir warten! Wie sieht eure Bilanz so aus? Aktuell 186. Plus 90. Es wird weniger. Aber ich sollte auch mal wieder Halbbevölkerung setzen. Weil ich mache jetzt gerade sehr viel Produktion. Puh, jetzt sind Stoffe wieder gut. Ich sollte mal gucken, was ich im Moment verkaufe. Mal alles rausnehmen und neu machen. Ich will Stoffe verkaufen. Ähm, wenn die Siedler aufsteigen, kommt als erstes Kaufleute, ne? Was wollen die denn? Ähm, muss ich gleich gucken, ich bin grad im Verkaufsdingens. Kaufleute? Ja. Warte. Kaufleute, Kaufleute. Ähm, die wollen zusätzlich... Moment. Parfüm, Schmuck, Macht und Elfenbein. Was? Macht? Wie kommt man denn an Macht? Ich glaub, man muss irgendein Gerichtsgebäude oder sowas bauen. Hä? Oder? Und, äh, ich glaube, Elfenbein oder irgendeine Kolonialware. Glaube ich, oder? Ne, da steht bei mir Elfenbein. Ja, da steht Elfenbein. Mhm. Ein Bischof spendet ihrer Bevölkerung göttlichen Schutz. Oh, göttlicher Schutz, wofür brauche ich den denn?